Moin und hallo und willkommen zurück zu MyTimeAtPorsche in einer neuen Episode nach dem Storyabschluss. Ich glaube immer kann das so sagen. Nach dem Storyabschluss. Ich bin hier im Museum, habe noch ein bisschen was fertig gemacht. Ich kann hier schon was abholen. Oh, ich kann was mitnehmen. Wow. Zehn Gegenstände spenden. Krass. Da kommt noch mehr. Ich muss noch einige Gegenstände spenden. Ich lasse es jetzt mal hier liegen. Das haben wir später. Da kommt noch irgendwas hin später. Achso, ich wollte hier gucken, was ich hier noch tauschen kann. Schauen wir mal. May hat das Denkmal Modell 3. Er möchte das Teil tauschen, ja. Ich muss also... Das weiß ich nicht. Energielampe habe ich nicht. Wasserbehälter 2 habe ich. und Thermoskarte Teil 1. Das kriegen wir hin, wenn ich mich beeile. Thermoskarte Teil 1 und Porzellan-Dingens Teil 2, glaube ich. Der Boden auf jeden Fall. Spira! Wir sind mal kurz zurück. Wir müssen noch mal kurz Teile holen. So. Schauen wir mal. Junge, Junge, Junge. Ja, da habe ich die Story tatsächlich durch. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Da ist der da mal wieder gegangen. Er könnte mal ruhig öfters zu Besuch kommen. Wenigstens dann hier. Aber der ist wahrscheinlich wieder in seinen Abenteuer... Wie soll man es sagen? Verstrickt. Und hat nichts anderes im Kopf. Aber da kann man leider nicht viel machen. So, das kann ich gebrauchen. Und... Ne, das Teil habe ich schon, ne? Teil 3 ist das. Ja, Teil 3 brauche ich nicht. Hm. Dann bringt mir das nichts. Das sind vier Teile. Ist die Uhr damit komplett? Ich weiß es jetzt gar nicht. Äh, ein Teil. Davon ein Teil. So. Dir fehlt die Waffe, ne? Was für die Klinge fehlt. Die Lanz ist da. Zepter ist hier. Ich denke, in der Dose, da fehlt noch einiges. Das waren vier Teile hier. Was haben wir denn hier noch? Das ist auch komplett. Das heißt, das könnten wir da... Obwohl, das kann ich zum Tauschen. Muss ich es da lassen. Ich kann es nicht zusammenbauen, ne? Du wolltest den Teil hier haben. Das heißt, das kann ich zumindest tauschen. Das ist tatsächlich ein Teil von der Energielampe. Okay. Ich muss das mal sortieren hier. Muss ich gleich mal gucken. Ich habe das hier einfach nur eingestopft. Ich muss mal ganz schnell... Wupp. So zu... Ich glaube, zurück nach Dings schaffe ich es nicht mehr, ne? Zum Sachen zusammenbauen. Oder vielleicht doch... Ich hoffe es mal, bis 18 Uhr haben die hoffentlich noch offen. So, Speedroad, bleibst du hier. Ich komme gleich wieder. Ja, ich komme noch rein. Sehr gut. Die beiden sind noch am Arbeiten. So, dann kommen wir hier mal. Einmal die Uhr. Fertigmachen. Yay. Besondere Gegenstände. Die Uhr hatte ich doch schon fertig, oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Oder hatte ich die bisher noch nicht fertig? Ich will mir die gerne... Äh... Ins... Dingens packen. Ich muss mal gucken. Nee, ich glaube, ich hatte die noch nicht, ne? Besondere Gegenstände. Muss das dann hier hin? Nee. Da kann sie hin. Ich habe die Uhr noch nicht gespendet, glaube ich, ne? Dann mache ich die da hin. Okay. So, und jetzt gucken wir mal. Relikt. Relikt. Äh... Äh... Doch, ich brauche den Unterteil für die Puppe. Das ist die Herbstpuppe. Und das Teil könnte ich tauschen. Nee, ich glaube, er hat das und möchte das haben. Sehe ich das richtig? Ja, der Kunde möchte dieses Teil tauschen. Das ist das Glückskatze Teil 4. Willst du da haben? Dafür kriege ich dann Energieleiter... Äh, Teil 1. Ich glaube, so rum war das. Das vergesse ich immer wieder. Das, was ich hier habe, ist... Blödsinn. Okay. Also umgekehrt. Ähm... Warte mal, was brauche ich denn dann? Was gibt's da, was ich gebrauchen kann? Du willst das... Das hier... Nee, gibt's mir das da. Nee, das bringt mir nix. Das da bringt mir auch nix. Das bringt mir auch nix. Denkmal Teil 3. Ich habe das jetzt hier. Das habe ich hier. Nee, das ist das, was er mir geben wollen würde. Nee, das ist dann das, was ich nicht habe. Okay. Das macht Sinn. Ich komme da mal durcheinander. Ich weiß auch nicht, warum. Na gut. So, dann gehe ich mal zurück. Dann haben wir das wieder geschafft. Haben wir ein bisschen was gemacht. So, spielen wir bereit nach Hause. Die machen jetzt auch alle Feierabend. Ist auch schon spät hier. Die Bühne ist schon beleuchtet. So eine Mini-Bühne sozusagen. Aber ist schon ganz nice. Ich habe es zumindest nach Plan angefertigt. So. Okay. Dann, äh... Gibt's noch eine Streckeleine von mir. Das hat sich wieder toll gemacht. Ja, ne? Machen wir Feierabend für heute. Das muss reichen. So. Du bleibst hier. Und, äh... Ich räume den Kram wieder weg, weil kann ich eh nicht gebrauchen. Da gucke ich gerade nochmal nach. Wo habe ich das denn jetzt her? Nee, falsche Ding ist. So. Das kommt da wieder hin. Was ist eigentlich Tonfrau? Tonfrau. Äh, das ist komplett. Herbstpuppe. Da fehlt das obere Teil, glaube ich noch. Dann wäre das komplett. Joystick-Teil-Ansin 2. Das könnte ich tauschen. Schiffsmodell. Wo habe ich die Teile denn gefunden? Weiß ich gar nicht. Hier ist noch ein Teil von der Glückkasse. Da fehlen aber vier Teile dann, wenn ich das richtig gesehen habe. Flugzeugmodell. Hm, das sind noch eine Menge Teile, die mir fehlen. Das habe ich. Das habe ich. Tonfrau bestand aber aus drei Teilen, glaube ich. Hier ist noch ein Roboter. Was ist das hier? Göttin-Statue Teil 3. Teil 1. Meerjung-Katzen-Statue. Ich muss das nochmal checken. Das muss ich morgen mal checken. Den Teroboso, kann ich mir den irgendwo... Wo kann ich den denn hinhängen? Kann ich mir den irgendwo hinhängen? Dann bist du hier irgendwo an der Tür. Den kann ich... Wo kann ich den denn... Kann ich den hier hinhängen? Nein, wo kann ich den denn... Ich kann nur in die Vitrine legen, ne? Ne, kann ich nicht in die Vitrine legen. Was? Ich kann den hier nicht... Hm, das ist ja doof jetzt. Jetzt habe ich den gebaut und ich kann den nicht... Das geht nicht. Kann ich nicht reintun. Nein, das habe ich ja fertig gemacht. Ach, das ist ja doof. Ich das gewusst, hätte ich nicht zusammengebaut. Normalerweise kann man die Teile hier auch reinpacken, aber naja. So, hier habe ich noch... Wow. Äh. Das muss in die Küche, würde ich sagen, oder? Ist das was, was in die Küche kann? Oh, was denn hier passiert? Das Bild ist irgendwie... Äh. Hm. Da. Das Bild ist in jedem Fall verschollen hier. Das geht echt nur da hinten. Dabei hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Da muss ich... Da geht's nicht. Das geht nicht. Wow. Ähm. Ich könnte es hier noch hinklatschen. Da ist es noch ein bisschen hohl, aber sieht nicht ganz so toll aus. Bisschen leer, ehrlich gesagt. Nicht hohl. So, das... Ja, weiß ich nicht. Ich hätte gehofft, ich kann das noch irgendwo aufhängen. Aber das geht nicht, ne? Bisher konnte man eigentlich alles irgendwie... ...die Pokal mal runternehmen. Ich kann das hier nicht hinpacken. Aber gut. Geht nicht. Geht nicht, geht nicht. Ja, dann kann ich es ja nur verkaufen, wa? So, was bringt mir das nix? 150 bringt mir das. Das ist jetzt auch nicht so viel. Ich hätte echt gehofft, ich kann das noch aufhängen hier irgendwo. Aber geht leider nicht. So, ich muss ihn nochmal füttern. Ja, ich habe ihn schon ewig nicht mehr gefüttert. So, hier. Drei Stück. Ich muss mal ein größeres Aquarium haben, dass ich da mehr reinpacken kann, wa? Das wäre schon ganz, ganz cool. Aber naja. So, kann man sich hier eigentlich hinsetzen? Ja, sitzen kann man sich hier mit eh. Das ist aber ein kleines Sofa. Wenn ich das ganze Sofa brauche, oh je. Da kann man sich... Ja, das sieht schützenvoll aus. Das geht bei dem Sofa, dass man da mittig sitzt. Das ist ein bisschen komisch. Aber naja. Naja, naja, naja. So, wir gucken mal. Wir hauen uns... Achso, ich muss den Ofen noch anschmeißen. Nein! Jetzt haben wir schon 20 Minuten überlegt. Ich habe vergessen, noch den Auftrag zu machen. Ich hoffe, ich habe alles für den industriellen Ofen. Ich fürchte nicht, aber ich gucke nochmal nach. Industrieller Ofen. Ach, ich muss wieder zurückblättern. Nein! Auch das noch. Das habe ich total vergessen. Ähm. Wo ist es denn? Der industrielle Ofen. Das war kein industrieller Ofen. Das war der Generator. Ich weiß auch gar nicht, wofür ich den benutzen kann hier draußen. Bringt er mir eh nichts. Industrieller Kern brauche ich noch drei. Ich hoffe, ich kann noch hellliche herstellen. Gucken wir mal. Industrielle Kerne. Wie sieht das eigentlich düngermäßig aus? Ah, ist noch genug da. Industrielle Kerne. Wo habe ich die denn gekratzt? Nein, da. Industrielle Kerne. Ich habe nicht genug. Wow, Blutstein fehlt mir. Ich kann einen herstellen. Das war es, ne? Ich brauche noch zwei. Der geht noch. Der geht nicht mehr. Das war ich befürchtet. Mir fehlen noch industrielle Kerne. Der, äh, das heißt, ich musste nochmal Material klopfen morgen, wa? Ja, aber ich will was zu tun. Naja. Mal schauen. Dann kann ich die industrielle Ofen nämlich noch fertig machen. Dann kann ich die Django noch geben. Und dann mal schauen. Ich weiß nicht, ob der Auftrag von Emily noch da ist. Dann. Ich hoffe es mal. Ich bin mir nicht sicher. Mal schauen. Wir machen mal. Machen mal zack zack. Oh, nee. Zack zack. Geht gar nicht, ha? Jetzt muss ich erst die Tiere wieder füttern. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Oh je. Beziehungsweise schnuddeln. Nicht wahr? Und dass ihr 116% seid. Ihr seid schon sehr effektiv, muss ich zunehmen. Gibt es auch, ne? Joa, ne? Ich stehe schon in der Luft. Das ist ein bisschen komisch immer. So. Dich habe ich auch geknuddelt. Dann seid ihr schon mal versorgt. Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit hier. Damit das nicht mehr so rumstinkt. Ich würde es jetzt nicht über die Hand nehmen. Aber naja. So. Einmal knuddeln. Die wollen alle spielen. Ich habe das doch genau gesehen. Knuddeln. Knuddeln. Und ich auch nochmal knuddeln. Ja, ne? Hier ist was los. Ach du Heilige. Das wäre hier eine Durchfahrtsstraße. Warte mal. Kann ich das noch mitnehmen? Und das auch noch? So. Was denn los? Sonia will auch spielen. Nee, da tut mir leid. Sonia. Wenn Emily da ist, muss ich mit Emily spielen. Sollen wir morgen etwas zusammen machen? Klar. Ach du meine Güte. Die kommen schon alle für... Hab ich Geburtstag? Hab ich meinen Geburtstag verpennt? Ich hab meinen Geburtstag verpennt. Das gibt es nicht. Dankeschön, Emily. Deswegen ist sich so viel los. Ich denke, was geht denn ab hier? Aber ja. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich hab alle meinen Geburtstag gedacht. Von Penny. Kiera, ich habe meine Vorbereitung beendet. Mein Konzert wird heute Abend um 8 Uhr auf dem Zentralplatz stattfinden. Bitte komm und unterstütze mich, Penny. Okay, Dr. Xu. Hi, Kiera. Ich hatte ein paar Kräuter übrig. Alles klar. Dankeschön. Junge, Junge. Was geht denn ab hier? Ich will jetzt die Geschenke eigentlich gar nicht aufmachen. Ich hab gar keine... Aber am Geburtstag krieg ich so noch ein Konzert, Mann. Besser geht's nicht. Das müssen wir erstmal hinkriegen. So, das hau ich erstmal ja alles rein. Zack, zack, zaaaaack. Das war falsch. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Das kommt wieder raus. Das kommt rein. Das kommt rein. Das, das, das. Das, das. Ich muss unbedingt jetzt nochmal los. Ich knuddel euch beiden noch gerade. Ja, Spirana. Einmal knuddeln. Ja, ne? Du bist ein braves Pferd. Ich muss jetzt aber nochmal los. Ich hab nämlich keine Zeit. So, dich knuddel ich auch noch eine Runde. Knuddeln. Ja, ne? Brav. So, wir müssen los. Wir müssen los, wir müssen los. Ich seh gerade, du hast noch ein Häufchen da unten. Gelege ich gerade. Vor Freude wahrscheinlich. Das packe ich nochmal ganz schnell hier rein, dass es verarbeitet werden kann. Sonia wartet da jetzt noch. Die wird gern spielen, aber es geht leider nicht, weil ich jetzt Emily zugesagt habe. Morgen um 16 Uhr, hab ich gesagt. Na ja, ich glaub schon. Ich hab das schnell vergessen. Aber ich hab ja ein Erinnerungsdinges gemacht. So, wir müssen los. Los, los, los. Wir müssen, ähm, wo muss ich denn jetzt hin? Was wollte ich denn? Ach so, Steine. Da muss ich noch klopfen. Dann müssen wir mal hier Speed geben. Denn ich brauche noch ein paar Sachen, damit ich die Öfen fertig kriege. Das wäre ganz, ganz wichtig. Wir fangen mal hier unten an. Und arbeiten uns dann wieder den Berg hoch. Ich hoffe nur, ich kriege noch genug Material zusammen. So, du kommst mit. Okay. So, ich sammle noch ein paar Sachen. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.